Fangen wir mal mit Ihrem Gesicht an. Was stört Sie denn am meisten? Also ich denke, alles was alt macht, stört mich natürlich. Nein, dann sind Sie ja schon über 40. Also zaubern kann ich auch nicht. Bitte komm, Sie Person auf der Flucht. Wir haben mich erschossen und abserviert und durch eine jüngere ansetzt. So sieht's aus. Regie und Produktion. Ja, genau. Dann schick doch mal was rüber. Danke, klingt gut. Wir werden dich nicht enttäuschen. Oh, ich hab ein gutes Gefühl. Das ist eine Chance. Du kriegst nur noch einmal in deinem Leben. Es gibt mehrere Mädchen mit Potenzial, aber nur wenn du es am Topf machen kannst. Hier ist Ihr Schlafzimmer. Schönen Sie gar nicht. Mein am besten zufrieden Video. Du hast mir 200 neue Follower. Was? Fuck, das ist ein Mann. Ja, Hanna. Sie ist die Frau für euch. Und jetzt geht ran. Zerreiß das Ding. Genau. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Aber was ist denn schon wieder los? Wenn du dazu keinen Bock hast, dann kann ja auch Sven ja die Rolle spielen. Jörg, das ist ein total pfeife. In Milano, if you don't make it in the first two weeks, you will make it nowhere. Was zögerst du und händst in Todesstreich? Geh ran, nimm, nimm, greif du. Hm, so. Ja, geh richtig ran. Entschuldige, Marcel. Ja, alles gut. Sehen Sie schon viel besser. Ja, alles gut. Vielen Dank.